Heute geht es darum, warum man nicht für das Alter spart und das Thema brennt mir ein bisschen auf der Seele. Deswegen will ich direkt rein starten und sagen wir mal, wir schauen uns die wichtigsten Sparmotive der Deutschen an. Dort steht auf Platz 1, ich spare für den Fall, dass ich mal Geld brauche, zum Beispiel für nicht vorhergesehene Anschaffungen. Zeigt mir eigentlich, dass viele ihre Finanzplanung schon gar nicht im Griff haben, weil normalerweise mit einer ordentlichen Finanzplanung hast du das Geld auf der Seite. Dann hast du ein Notkreuschen und darüber hinausgehendes Geld kannst du investieren. Von daher 87 Prozent, ja, schwierig. Ich spare, um mehr Wünsche zu erfüllen, ist genau das, worum es geht, dass man sich halt in Zukunft die Wünsche erfüllt. Da gehe ich auch nochmal genauer drauf ein. Ich spare, weil es mich beruhigt, finde ich auch top. Mit 20.000 Euro auf dem Konto lebt man immer beruhigter, als wenn man nur 500 Euro auf dem Konto hat. Ich spare aus Angst, in einer Notfallsituation nicht genügend Geld zu haben. Meiner Meinung nach der falsche Motivator, weil aus Angst sollte man eigentlich nie etwas machen. Ich spare, weil ich mit alternativen Anlagemethoden nichts anfangen kann. Das ist das Problem eher im deutschen Schulsystem, würde ich sagen, oder generell in der deutschen Mentalität, dass die Sicherheit halt unglaublich wichtig ist und war. Früher gab es halt auch Sparbuchzinsen und damals war das alles nicht notwendig. Heute ist es aber notwendig, übers Sparen hinaus zu gehen und zu investieren. Ich spare, damit ich nicht unnötig Geld ausgebe. Ja gut, das eine bedingt das andere irgendwie ein Stück weit. Ja, schöne Aussage. Und ich spare für andere Personen, zum Beispiel Kinder und Enkel. Von mir aus kann man das Geld auch spenden oder so. Ich finde es immer wichtig, dass man irgendwo jemandem auch was zurückgeben kann. Und dass man das Geld dafür auch anlegt. Im Endeffekt geht es ja nicht darum, Geld anzusparen und dann geizig zu sein und sich um die letzten zwei Euro zu kloppen. Sondern es geht darum, dass man halt wirklich jemandem wieder was abgeben kann. Und das finde ich auch wichtig. Was ich aber in meinen Terminen auch immer wieder höre, ist, ich lebe im Hier und Jetzt, es macht überhaupt keinen Sinn zu sparen. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Weil das Problem ist ja, du hast jetzt dein Geld, du gibst dir jetzt dein Geld aus und vielleicht sparst du mal 5.000 oder 10.000 Euro an. Aber die sind dann ziemlich schnell wieder weg, weil irgendein Ziel oder irgendein Wunsch da ist, der dafür sorgt, dass es sofort wieder auf Null klatscht. Und das zieht sich dann im Endeffekt wie so ein Sägezahnmodell durch. Du wirst immer wieder was ansparen, immer wieder alles ausgeben und hast aber im Prinzip zwischendurch nie wirklich ein Vermögen da liegen. Und sobald irgendwie eine kleine Änderung im Leben kommt, bist du ja durch dieses Hamsterrad, mit dem du dich bewegst, immer wieder in diesem Auf und Ab, bist du ja nicht flexibel. Also du bist dann halt, du musst dann halt, wenn irgendeine stärkere Belastung kommt, dafür sorgen, dass dein Lebensstandard gesenkt wird. Weil du hast dich daran gewöhnt, dass du all dein Geld ausgibst und jetzt hast du weniger zur Verfügung als vorher und musst halt logischerweise den Lebensstandard nach unten schrauben. Ist die Frage, woran sparst du zuerst? Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, meinen Lebensstandard nach unten zu schrauben, weil wenn man einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, dann will man den ja auch weiterhin haben. Und deswegen sage ich, sparen ist ja nicht, dass du dich wirklich beschneidest, sondern einfach ein bewusstes Leben. Du gibst bewusst dein Geld aus und nicht für irgendwelchen Schnickschnack links und rechts, den du unbedingt brauchst, weil es mal in der Werbung war oder Sonstiges. Das ist halt eher so ein emotionales Thema, womit man sich das selbst verkauft. Aber grundsätzlich würde ich sagen, schafft es jeder ein paar Euro zur Seite zu sparen. Und das sorgt ja dafür, dass dieses Hamsterrad oder dieses Sägezahnmodell oder wie auch immer man das nennen will, halt nicht mehr so stark greift oder gar nicht mehr greift, weil du einfach ein Vermögen aufbaust und in Zukunft dafür sorgen kannst, dass du halt deinen Lebensstandard eher vielleicht nach oben korrigierst. Weil wenn du das Geld investiert hast, dann wird es ja mehr, du hast ordentliche Rücklagen und du hast einen Lebensstandard, der nicht eins zu eins dein Gehalt aufbraucht. Das heißt, du kannst den ja so schon nach oben korrigieren und dann noch weiter durch die ganzen Erträge, die du gemacht hast. Und darum geht es ja wirklich. Du willst eigentlich heute im Hier und Jetzt leben und trotzdem noch dafür sorgen, dass du auch in Zukunft im Hier und Jetzt leben kannst. Darum geht es ja. Sonst ist es ja gegenüber deinem älteren Ich eigentlich komplett verantwortungslos, jetzt zu sagen, du nimmst alles für dich und wirst es nie wieder ins Alter geben. Das ist ja ziemlich starke Diskrepanz. Das ist meine Meinung und hat sich bis jetzt auch bewährt, weil jeder, der so gefahren ist, der ist halt in späteren Situationen eben nicht in die Bredouille geraten. Und natürlich spart man ein Stück weit auch ein Geld fürs Alter, weil du willst ja irgendwann mal, wenn du in Rente gehen darfst, mit 67 spätestens nicht nur mit 40% von deinem Gehalt klarkommen, wie es aktuell der Fall ist, sondern du willst noch ein bisschen mehr haben. Und wenn es nur 70% sind oder das Gleiche, was du vorher hattest, das ist ja erstmal egal. Es geht nur darum, halt nicht mit 40% unten an der Altersarmutsgrenze rumzukrauchen. Wichtig ist aber auch, neben diesem ganzen Investieren fürs Alter, dir ein paar Sachen oder ein paar Ziele mit auf den Schirm zu nehmen. Also du sparst ja nicht nur, damit du irgendwann mal mit 67 der Reiste auf dem Friedhof bist. Also ich spare gerne, aber ich will es trotzdem nicht irgendwann erst mit 67 haben, sondern ich will halt vorher schon dafür sorgen, dass ich mir ein paar Wünsche und Ziele erfüllen kann. Und meiner Meinung nach hat jeder Wünsche und Ziele. Ansonsten kannst du wahrscheinlich auch alles Geld ausgeben, weil wer keine Träume mehr im Leben hat, das tut mir leid. Dann ist es halt so, aber in der Regel hat man noch irgendwas, was man erreichen will. Und in der Regel braucht man auch für viele Sachen davon genügend Kapital. Ob das jetzt vielleicht eine Weltreise ist, ob das ein Eigenheim ist, ob das einfach die Möglichkeit ist, mal ein Jahr rauszugehen oder zwei, drei Jahre aus dem Job rauszugehen oder einfach zu sagen, ich kündige den Job, weil ich keinen Bock mehr habe, ohne mir Sorgen machen zu müssen, wie ich über die nächsten zwei, drei Jahre komme, selbst wenn ich keinen Job mehr finde. Das sind halt so die Themen, die da wirklich auf dem Plan stehen. Und wichtig ist ja, das Geld an sich ist ja nicht der Motivator. Dazu habe ich auch einen Post auf Instagram gemacht. Der kam ganz gut an, at Finanzen mit Fuchs. Ihr könnt auch mal schauen, dort gibt es immer so aktuellen Finanzcontent. Und da rede ich auch ganz offen über das Thema Finanzen nochmal. Aber dort habe ich halt auch nochmal festgehalten, dass Geld wirklich nicht das Ziel ist, sondern das, was du dir von diesem Geld leisten kannst, ist, dass du halt aus diesem Hamsterrad, diesem Sägezahn-Modell, wie auch immer man es jetzt, wie gesagt, nennen will, dass du da ein Stück weit rauskommst und dass du dafür sorgst, dass du halt sowohl im Hier und Jetzt leben kannst und dich nicht einschränkst, als auch in Zukunft genug Geld auf der Seite hast. Und darum geht es ja im Endeffekt. Und ja, wenn du dir jetzt im Endeffekt eins davon mitnimmst, von diesen ganzen Sachen, du investierst für die Zukunft, aber solltest damit im Klaren sein, dass Sparen dich nicht beschneidet. Also klar ist das Geld erstmal weg und steht dir nicht zur Verfügung, aber du wirst es ja in Zukunft bekommen. Und genau darum geht es. Also du darfst nicht sehen, dass das Geld weg ist, sondern es wird dir wieder zugespielt und es wird dir vor allen Dingen, wenn du 100 Euro investierst, nicht nur 100 Euro wieder zurückkommen, sondern es werden 200 oder 300 Euro dafür zurückkommen. Und das ist meiner Meinung nach eine coole Sache. Wichtig ist halt, dass du dann auch den Lebensstandard steigern kannst, dass du halt genügend Geld auf der Seite hast und nicht ewig in diesem Hamsterrad trittst und jedes Mal auf eine Gehaltserhöhung warten musst, damit du auch die Inflation wieder ein Stück weit ausgleichst. In dem Sinne, das musste ich mir mal kurz vor einer Seele reden. Auf meinem Kanal gibt es natürlich auch noch weitere Finanzvideos. Wenn du dir die Anschauung willst, dann gerne auch abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.